Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder zu einem Kidland respektive Playtif Clippies Set, denn Kidland Click Play & Go und Playtif Clippies sind ja aus derselben Gruppe vom selben Hersteller und es sind dieselben Sets und Konstruktionen. Dementsprechend ist das für mich allgemeingültig, ob ich jetzt über ein Kidland Click Play Go Kaufland Set spreche oder eben über ein Little Playtif Clippies Set. Auf jeden Fall habe ich heute für euch das Go-Kart Kit bzw. Go-Kart Set mitgebracht. Das Ganze hat 354 Teile und kostet im Kaufland 14,99 Euro. Genauso wie es bei Little auch 14,99 Euro kostet, das heißt hier ist die Kidland Variante dieses Mal nicht teurer. Bei dem Set handelt es sich, wie ihr das seht, schon um ein Set, in dem auch Technikelemente mit verbaut worden sind. Auf die Qualität von diesen bin ich besonders gespannt, weil ich bisher nur die normalen Elemente von Kidland respektive Playtif kenne. Ansonsten, ihr kennt die Box vom Design, sie ist ja immer wieder gleich. Auf der Rückseite sehen wir nochmal das Kart von hinten. Hier nochmal alle Hinweise dazu. Ihr könnt euch das Video gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert und ihr das lesen wollt, aber es wiederholt sie eben bei jedem Set immer wieder. So, deshalb mache ich das Ganze jetzt auf jeden Fall schon mal auf und wir schauen uns zusammen die Teile-Tüten und die Anleitung an. Die Box ist ungefähr dreiviertels gefüllt. Wir haben für die Teileanzahl auf jeden Fall ein großes Teile-Volumen. Über die Qualität reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Interessant ist noch, die Tüten sind nummeriert, also hier haben wir zum Beispiel die 1 und die 2. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier zwei Bauabschnitte haben werden. Dann haben wir, wie wir das kennen, nochmal diesen Zettel dazu. Kennen wir ja auch schon von Playtif. Und wir haben natürlich wieder die Anleitung. Ist ein sehr einfaches Design. Mich wundert es nur, dass es farblich so weit weg von dem auf der Verpackung ist. Aber gut, das ist eine Designentscheidung, die ja Kittland für sich treffen kann. Sonst ist die Anleitung klammergebunden. Es wird wieder verblasst dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und hier noch einmal die Teile-Liste. Ihr könnt euch das Video an der Stelle gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Auf der Rückseite sehr langweilig, eben nur dieses Noppen-Muster. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Technikteile. Und ich würde sagen, deshalb fange ich jetzt auch an zu bauen. Und wir sehen uns gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Ich wünsche mir immer viel Spaß bei dieser Review. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach 58 Bauschritten und damit nach der ersten Bauabschnittstüte. Das Set hat mich ab dem ersten Moment schon bekommen. Denn wir haben keine kunderbundene Achsen, keine blauen Pins, sondern es ist alles farblich angepasst. Es ist so schön, als ich das gesehen habe. Ich habe mich so gefreut. Es ist eine super einfache Sache. Aber alleine diese Pins haben mich so glücklich gemacht. Das glaubt ihr gar nicht. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, das kann Lidl, das kann Kaufland. Warum kann das Lego nicht? Warum muss man dort irgendwelche blauen und komisch farblich kodierten Sachen reinwerfen? So geht es auf jeden Fall viel besser. Wo sich aber KidPlay und Playtiff auf jeden Fall am Marktführer orientiert haben, ist der Stickerbogen. Wir haben einen Stickerbogen dabei. Ich finde die Sticker jetzt aber weder so schön, dass ich sie aufkleben wollte, noch würde ich sie aufkleben. Denn die gehen hier meistens über mehrere Steine. Dieser Sticker geht über mehrere Liftarme. Und auch dieser Sticker würde hier über drei Liftarme gehen. Ich lasse sie weg. Ich finde sie jetzt aber auch nicht so weltbewegend, dass ich sie unbedingt gebraucht hätte. Trotzdem ist es natürlich immer schade, wenn sowas nicht ausgereift ist und hier Sticker über mehrere Steine oder Liftarme geklebt werden sollen. Das ist immer wieder unschön. Ansonsten haben wir hier schon eine Lenkung reingebaut. Schade ist, dass wir hier kein einzelnes Lenkradteil dazu bekommen haben. Aber sonst läuft die Lenkung hier ganz einfach über so ein Knickgelenk und tut erst mal was sie soll. Wie das Ganze dann mit Rädern am Boden aussieht, wir werden sehen. Was mir aber den Bau richtig verdorben hat, sind diese Knickgelenke. Denn die Knickgelenke werden hier nicht fertig als ein Teil geliefert, sondern beide Hälften einzeln. Und dieser innere Bestandteil ist einzeln. Und dann muss man das erst noch zusammenbauen. Und das dauert ewig. Ich habe pro Gelenk um die fünf Minuten gebraucht. Habe da fast die Finger gebrochen gefühlt. Das ist eine zeitraubende Fummelei. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das hat mir so ein bisschen den Spaß verdorben. Vor allen Dingen, weil wir bisher ja schon drei davon bauen mussten. Hier eins, hier eins und vorne in der Lenkung ist ja auch eins verbaut. Und dann ist dort nicht mal so ein winziges Teil als Ersatzteil mit dabei, was wir dort reinbauen. Wenn das einmal runterfällt und wir finden das nicht mehr wieder, könnten wir das Set rein theoretisch nicht mehr bauen. Und bei den meisten Herstellern sind diese Knickgelenke ja sofort zusammengebaut geliefert. Also würden wir auch dieses einzelne Teil nicht unbedingt so einfach bekommen. Da wäre es das Mindeste für mich gewesen, dieses in kleinen inneren Bestandteil einmal zum Ersatzteil mit beizulegen. Das hat aber hier Playtiv bzw. Kidland auch nicht gemacht. Von diesem Zeitraum ein Gefummel hier abgesehen, ist es aber wirklich ein Bau, der Spaß gemacht hat. Der geht gut voran. Die Bauschritte sind hier eindeutig erklärt. Hier sind hochwertige, aufwendige Abbildungen dabei. Wenn es mal von der Perspektive nicht so richtig passt, ist es immer noch von der anderen Perspektive mit abgebildet, dass man sofort erkennt, wo was hingebaut werden muss. Dementsprechend ist das Ding auch wirklich einfach. Das bekommt jedes Kind hin. Und die Teilequalität von den Technikelementen ist bis hierhin auch richtig, richtig gut. Haben ein super Baugefühl, sind stabil, hier wackelt nichts rum. Also das hat mich sehr überzeugt. Ist genauso eine gute Qualität wie bei den normalen Steinen. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt und dass ich weiterhin damit Spaß habe. Dementsprechend baue ich jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Go-Kart wieder. Und fertig ist das KITLAND respektive Playtif Clippies Go-Kart. Wenn wir uns das Ganze anschauen, haben wir jetzt noch einen Motor dazu gebaut. Dann natürlich noch einiges an Deko, die Seitenverkleidungen. Die Lenkung ist fertiggestellt worden, indem wir jetzt die Räder dran haben. Und eben auch die gesamte Antriebsachse haben wir gebaut. Zum Thema Funktion. Wir können natürlich lenken. Der Lenkwinkel ist winzig, heißt der Wendekreis ist riesig. Ansonsten funktioniert die Lenkung zumindest, aber es ist kein Konstruktionsmeisterwerk. Also da gefallen mir Lösungen über Zahnräder auf jeden Fall besser. Und wie gesagt, wir haben hier einen Motor gebaut. Einen Einzylinder, der sich eben mitdreht. Das Ganze ist selber gebaut, kein Formteil. Das finde ich cool. Und der läuft auch wirklich gut und geschmeidig mit. Eine Gangschaltung oder ähnliches haben wir natürlich nicht dabei. Das war jetzt soweit alles an Funktionen. Ist natürlich für die Preiskategorie von 15 Euro in Ordnung. Aber jetzt auch nichts weltbewegendes. Aussehensmäßig ist es auf jeden Fall auch nichts weltbewegendes. Es sieht so ein bisschen aus wie altes Lego. Also Lego so um die 1990er Jahre. Da sah Lego Technik so ähnlich aus. Das ist aber keinesfalls schlecht. Auch das hat seinen Charme, wenn wir hier eben die Noppen alle freistehen haben. Und es wirklich noch rudimentär nach Technik aussieht. Mein Problem ist eher, wir haben hier eine sehr wackelige Konstruktion. Also wir haben hier Flex drin. An den verschiedensten Stellen. Das merkt man vor allen Dingen auch, wenn man von oben drauf drückt, dass das hier ein Flex. Und das gefällt mir eben nicht. Wenn wir jetzt von der Seite hier merken, da ist ein gewisser Flex drin, habe ich kein Problem. Aber wenn man es beim Spielen schon merkt und beim drauf drücken, dass hier ein Flex ist, ist das ziemlich schade. Und liegt dann auch an der Konstruktion, weil man hier einfach ein paar mehr Pins hätte reinmachen müssen. Denn ansonsten wäre das auf jeden Fall stabil. Da sind genug Querverbindungen. Die sind aber etwas stümperhaft fixiert und deshalb haben wir den Flex. Lässt sich während des Baus leicht vermeiden, indem wir noch ein paar mehr Pins hier reinmachen. Ihr wisst jetzt Bescheid. Playtuff arbeitet vor allen Dingen viel mit diesen Pins, die dann in die Noppenaufnahme gehen und steckt einfach die Noppenaufnahme in den Liftarm rein. Das schafft zwar auch eine Verbindung, aber die ist natürlich nicht so fest, als wenn wir das Ganze mit einem Pin verbunden hätten. Deshalb meine Empfehlung, jeder hat ein paar Pins über, denke ich, zu Hause. Einfach mal mit verbauen zwischendrin und dafür eben diese Lösung mit den Noppen mal weglassen. Dann hält das Ganze auch besser und hat nicht mehr so einen Flex drin. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich dran habe. Natürlich könnte die Lenkung besser sein, cooler sein, ist aber für 15 Euro noch in Ordnung. Die Teilequalität ist super, die Konstruktion ist eben an diesen Stellen ein bisschen stümperhaft. Da merkt man einfach, dass so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat. Aber wie gesagt, das Ganze lässt sich leicht beheben, ansonsten hat der Bau Spaß gemacht. Riesenpluspunkt immer noch, wir haben keine Farbseuche drin. Das freut mich immer, immer mehr. Wir haben natürlich die Sticker dabei. Cooler wäre es, wenn es geprintet wäre, weil über mehrere Steine werde ich die Sticker nicht aufkleben. Aber sonst ist das ganze Set wirklich in Ordnung. Für 15 Euro kann man das mal mitnehmen. Für mich muss Technik nicht zu 100% verkleidet sein. Und vor allen Dingen braucht Technik nicht immer eine Lizenz. Schön, wenn wir auch mal Alternativen haben, wo es keine Lizenz gibt. Und man dann eben auch mal für 15 Euro seinen Spaß haben kann. Wie gesagt, Pinze haben eigentlich fast alle zu Hause, um so einen kleinen Fehler hier auszumerzen. Und dann ist das ganze Ding hier wirklich spaßig. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben.